So, dann geht's los. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel gegen Hannover 96. Endstand vor 3.852 Zuschauern 3 zu 1 für den SVS. Ich darf beide Trainer herzlich begrüßen. Christoph Drobowski auf der einen Seite von den Gästen aus Hannover und unseren Coach Alois Schwarz. Und Christoph, du hast das erste Wort, bitteschön. Ja, hallo zusammen. Zuallererst erstmal Glückwunsch an Sandhausen zum verdienten Heimsieg. Ich bin natürlich enttäuscht, klar über das Ergebnis, aber auch über vor allem auch die erste Halbzeit. Man muss sagen, undenkbar schlecht ins Spiel reingekommen durch den Eckball und dann das Eigentor. Allerdings wussten wir natürlich, was für eine Wuchtkörperlichkeit und was für ein Engagement uns erwartet. Und ja, da müssen wir uns schon ein Stück weit selbstkritisch hinterfragen, warum wir es heute nicht geschafft haben, dort das auf dem Platz dann so umzusetzen, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir sind nochmal zurückgekommen durch den Anschlusstreffer. Aber trotz, dass wir noch sehr viel Offensivpower auf den Platz gebracht haben in der zweiten Halbzeit, ist es uns nicht gelungen, dann auch Torchancen zu kreieren und durchschlagskräftig genug zu sein. Und von daher ist das Ergebnis und unsere Leistung heute enttäuschend. Wir sind in einer Situation nach wie vor, die nicht einfach ist und müssen auf jeden Fall dranbleiben. Es sind noch neun Spiele, da sind viele Punkte zu verteilen. Und ja, wir müssen morgen darüber reden, wie wir die nächsten Tage dann das wieder so angehen, dass wir mit mehr Power und mehr Frische und mehr Energie wieder in das nächste Spiel reingehen. Ja, weil das hat uns die letzten Wochen brutal ausgezeichnet. Das haben wir heute leider nicht auf den Platz gebracht. Aber wir werden weitermachen und nächste Woche haben wir die nächste Gelegenheit dazu. Vielen Dank. Ja, danke Christoph. Und ich darf an unseren Coach geben. Alois, bitteschön, dein Statement zum Spiel. Ja, erstmal sind wir froh, dass wir die drei Punkte hier behalten können gegen eine spielerisch starke Mannschaft. Wir wollten aktiv ins Spiel gehen, wollten dem Gegner, der einen sehr guten Ball auch von hinten raus spielt, wenig Möglichkeiten geben, immer Stress zu verursachen. Und natürlich hat uns dann dieses Tor von Schiemer, die direkt vor der Ecke, in die Karten gespielt. Wir waren dann ganz gut gestanden, haben gut umgeschaltet, so machen wir auch das 2-0. Der Gegner hatte bis dato, glaube ich, nicht eine Möglichkeit. Die Erste, die sie haben, die nutzen sie auch gleich. So schnell kann so ein Spiel auch kippen. Man hat auch gesehen, der zweiten Halbzeit dann der Gegner hat gedrückt gemacht, uns auch ein bisschen eingeschnürt. Was wir sehr gut gemacht haben, ist die Boxverteidigung. Wir waren sehr kompakt und haben immer wieder Spitzen gesetzt. Da hätte ich mir vielleicht schon gewünscht, dass wir früher das 3-1 machen, weil die Möglichkeiten waren auch nicht da. Und letztendlich haben wir es dann auch gemacht und denke ich, dass wir als verdienter Sieger von diesem Spiel, dass wir als verdienter Sieger sind. Dankeschön. Gut, dann starten wir mit Nachfragen. Das wird die Kollegin Samira Bahlemann von Hannover 96 und ich übernehmen. Ich fange mal an und dann wechseln wir. Marco Büsselmann, Headline24, fragt, es war heute eine der stärksten Anfangsphasen in dieser Saison. Was hast du dem Team vor dem Anpfiff mitgegeben? Ja, das, was ich vorher gesagt habe, dass wir aktiv da sein wollen, dass wir den Gegner stressen wollen und ihn zu Fehlern zu zwingen. Und das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt. Darauf haben wir uns auch vorbereitet gehabt in Trainingsinhalten. Die Mannschaft hat es gut umgesetzt. Und wenn du natürlich belohnt wirst durch so eine Standardsituation, dann geht es auch ein bisschen leichter. Max Wendel von der dpa fragt nach zu Shima Okorochi. War an zwei Treffern beteiligt. Wie beurteilst du seine Leistung heute und im Allgemeinen? Im Allgemeinen muss ich sagen, Shima steigert sich wie alle anderen. Also ich muss auch sagen, und das macht mich ein bisschen stolz, wie schnell wir und wie gut wir zusammengewachsen sind als Mannschaft und uns gegenseitig helfen. Es ist ein super Charakter, eine gute Mentalität da und das spiegelt sich in den Momenten auch wieder. In dem Moment, wie Shima auch auf dem Platz steht mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, wie vielleicht noch im Jahr 2021. Du hast immer betont, dass die Arbeit, die in die Defensive gesteckt wurde, inzwischen sich auszahlt. Gibt es noch ein weiteres Rezept, was dazu führt, dass es im Moment sechs Spiele gibt, in denen wir ungeschlagen sind? Das, was ich gerade gesagt habe, dass wir als Mannschaft agieren und als Mannschaft auf dem Platz stehen und uns Fehler verzeihen, kann gegenseitig helfen. Und der Charakter der Truppe und die Mentalität ist richtig, richtig gut geworden. Und das ist die Basis, um dann auch in der Liga bleiben zu können. Letzte Frage, erster Teil von mir. Rostock hat doch noch gewonnen auf Schalke 4 zu 3. Dadurch bleiben die Kellerkinder eng beieinander. Wie botern Sie die Lage, beziehungsweise ist es aufgrund des Vorsprungs auf die direkten Abstiegsplätze nur noch ein Kampf um Tabellenplatz 16? Ja, die Tabelle in der 2. Liga ist schon seit Jahren immer eng, ob das oben oder unten ist. Und das wissen wir. Und deswegen müssen wir Woche für Woche Vollgas geben, Woche für Woche alles abrufen, um dementsprechend dann auch unsere Punkte einzufahren und vielleicht am 34. Spieltag dann auch da zu stehen, wo wir eigentlich hinwollen in der 2. Liga. Gut, dann wechseln wir mal. Samira, bitteschön. Danke dir. Ja, wir starten mit einer Frage von Dirk Tietenberg. Der möchte wissen, wie war der ursprüngliche Plan in der Grundordnung und warum hat das diesmal nicht funktioniert? Ja, der Plan war, mit unseren drei Innenverteidigern hinten schon auch die langen Bälle gut zu verteidigen, mit den zwei Sechsen davor und den zwei Spitzen, die Mann auf Mann anlaufen wollten. Und die langen Bälle, die sie dann spielen, schon frühzeitig zu unterbinden. Wir haben dann im Laufe der ersten Halbzeit dann umgestellt auf Viererkette, weil wir uns dadurch mehr Stabilität dann erhofft haben. Und ja, alles in allem, muss man sagen, mit den zwei frühen Gegentoren hat uns das natürlich das Leben erschwert. Und nochmal, wir sind dann einfach auch nicht ins Spiel reingefunden und müssen uns selbstkritisch hinterfragen heute, warum das nicht gelungen ist. Weiter geht's mit einer Frage von Florian Krebs. Er fragt, ihr hattet am Ende fünf Spieler auf dem Platz, aber keine einzige Torchance in der zweiten Halbzeit. Was war da heute los? Ja, wir haben versucht, nochmal Offensivstärke reinzubringen, nochmal versucht, ja, dort viele, viele Spieler auch in den vorderen Bereichen zu positionieren. Uns hat dann letztendlich die Durchschlagskraft gefehlt, uns Torchancen herauszuspielen. Ja, das Manko müssen wir uns ankreiden lassen heute. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es besser kann und sie wird auch zeigen, dass sie es auch wieder besser kann. Die nächste Frage hast du schon mit der Frage von Dirk Tietenberg beantwortet. Deswegen machen wir weiter. Das 0-2 war bereits das fünfte Eigentor in dieser Saison. Kannst du das erklären, fragt Florian Krebs auch. Ne, da habe ich keine Erklärung für. Er fragt zudem, was ist mit Siela? Ja, Ron hat gestern schon über leichte Kreislaufprobleme geklagt. Deswegen sind wir mit drei Torhütern angereist, mit Marlon Sündermann zusätzlich. Er war aber spielfähig, hat sich so gefühlt, dass er auch einsatzbereit ist. Kurz vor der Halbzeit sind wiederum die Probleme aufgetreten und deswegen mussten wir dann auch in der Halbzeit reagieren. Wir müssen abwarten, was die Untersuchungen bringen. Und deswegen kann ich dazu jetzt noch nicht im Detail irgendwas sagen. Nächste Personal hier. Warum hast du Yannick dem nach 37 Minuten runtergenommen? Ja, ich denke, Yannick ist nicht so gut ins Spiel reingefunden. Nach dem 2-0 Rückstand hat er es nicht geschafft, Sicherheit zu bekommen. Ich wollte ihn da ein Stück weit schützen und mit Selma Roja einen frischen Mann bringen, der uns ein Stück weit mehr Stabilität gibt. Und ja, so ist das manchmal im Fußball. Heute war kein guter Tag für ihn, aber er hat die letzten Wochen gezeigt, dass er auch nach nicht so optimalen Spielen dann auch gestärkt zurückkommt. Letzte Frage von den Kollegen aus Hannover. Diesmal nochmal Dirk Tietenberg. Er fragt Dabro, wie siehst du die aktuelle Lage in der Liga? Wie bitter ist das und wie gefährlich? Ja, die Lage der Liga hat sich nicht geändert. Die Situation ist eng beisammen. Aber nicht nur seit heute, sondern schon die ganze Saison. Und wir sind in der Pflicht, einfach unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Das ist uns sehr oft gelungen. Heute leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber nächste Woche haben wir direkt wieder die nächste Gelegenheit zu zeigen, welche Qualität diese Mannschaft hat. Samira, danke schön. Letzte Frage an dich, Alois Christoph Offner von der Rhein-Neckar-Zeitung. Übergeordnete Frage. In den letzten Tagen haben eher andere Dinge für ungläubiges Kopfschütteln gesorgt. Heute war es der direkt verwandelte Eckball von Shima Okoroji. Kann der Fußball mit solchen Zehen für ein wenig Ablenkung in dieser Zeit sorgen? Ja gut, der Sport soll der Allgemeinablenkung von dieser Zeit, die wir gerade haben, sorgen. Und solche Tore oder solche kleinen Fußballfeste, wie wir heute feiern konnten, trägt seinen Teil dazu bei. Trotzdem ist es traurig, was gerade abgeht. Ja, das war's von uns. Vielen Dank unseren Gästen. Gute Heimfahrt. Und für uns geht's weiter am kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98. Bis dahin, gesund bleiben. Tschüss und bis die Tage. Bis zum nächsten Mal! On Fert文Innen ọn Fertuline Tausend 博ier eer Ei Da Wat Wie Bis zum nächsten Mal.